Hallo, mein Name ist Joel McClure. Sie kennen mich mit Sicherheit aus anderen Lego-Buster-Filmen wie Der Turm von Orkant, sämtliche Herr-der-Ringe-Teile, Simpsons und etc. pp. Heute habe ich ein Geschick in meiner Hand, das ich leider selber nicht auspacken kann, da ich nur in 2D existiere. Scheiß Spiel. Nein, zurück zum Geschehen. Wir sind's wieder. Ja, zur gepäckten Lego-Entreitung. Wir wollten mal ein bisschen was anders machen. Ist okay. Wir haben ja noch im Päckchen ein bisschen was offen. Ja, das war mit unserer Autor drin. Ja, Troy McClure geht erstmal zurück nach Hollywood. Der hat noch ganz viele Filme zu drehen. Ja, das stimmt. Der nächste Dark Knight 4, das Erwachen der Macht. Ja, mal gucken, was es gibt. Was es noch so gibt hier. Einmal noch so ein Spezial-Tüter, weil ich immer 100 aufgestellte. Oh, die Rückseite sieht viel besser aus. Ganz ehrlich. Das stimmt. Ich hole euch das mal ran. Komm, zoom. Zoom, zoom, zoom. Ghostbuster-Power. Richtig geil, oder? Richtig geil. Cool. Dass die im Shop überhaupt noch gibt. 508 Teile. 508? Oh. Man denkt das nicht. Einen hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Mehr als vorhin, ne? Ja. Bei den Big Bang war es irgendwie 480. 480. 480, genau. Hier sind wir schon mal hier. Ektor 1. Ektor 1. Im zweiten gab es leider nie. Ne, aber ein cooles Ding. Wow. Keine Nummerierung. Keine Nummerierung. Das heißt, es ist ein langes Video. Ja. Komm, was kriegen wir hin mit der Karte? Ich verpaus. Es sind ja nur 100 Zeugen. Ja, der Mensch auch. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht, was ich war. Ich habe das Gefühl. Hier, da, das Freundin. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Übersicht schaffen. So kann ich besser, ne? Erstmal für den Moment. Für den Moment. Für den Moment. Building Instruction. Ja. Das Gesicht sagt schon alles. Oh, ganz so kleinen Teile. Recycling. Deswegen sind das noch mehr Teile. Ja, das sind ja 1, 2 Teile. Boah, aber es geht. Aber es sieht nicht so viel aus. Ne, jetzt kommt sowieso erst die mehr Leckes. Jetzt kommt... Erstmal so Info-Material über den Film und so. Wobei ich sagen muss, die habe ich länger nicht gesehen. Wie packt man eine Packung aus? Ganz wichtig. Ja, genau. Aber vor allem, die sagen immer, sortiert das nach Farben und so. Aber wir nicht. Wir sind Profis. Ganz ehrlich, das ist... Ach, da steht dein Name sogar auf den T-Shirts dran. Ja, hier mit ES und RS und... WZ. ES habe ich. ES, WZ. Oh Gott, ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Ich auch. Aber ich finde die Gusswasser so geil. Man muss dich haben. Ne, das ist ja auch okay. Nicht, dass WZ jetzt der Schwarze ist und ich kriege dir den falschen Kopf drauf. Ja, wieso? Da steht ja PRS und dann ist... Weiß es, ist ja nicht. Ja, aber WZ habe ich da noch nicht. Ich weiß nicht, wer WZ ist. Ich habe eher... Ne, ich habe eher... PV, was ist PV? Gucken wir da einfach mal nach. Winston, genau. Winston Churchill, oder wie hieß der? Ne, Winston Churchill ist jemand. Ne, da steht Wins... Winsdorf. Winston heißt ja auch noch. Winston, ne, er steht auch da. Winston. Und das heißt, mit dem V, mit dem WZ, der kriege ich den. So, ich baue jetzt Egon. Ah, wie hieß der denn mit Nachnamen? Nachnamen steht da jetzt. Uiuiuiui. Das ist gar nicht so einfach, Freunde. So, mit... Ne, ich will den Film auch... Aber denkt dran an diesen... Ghetto Blaster... Ghetto Blaster. Ähm... Alter. Ja, was ist das denn sonst? Fürs Proton-Paket. Ja, genau. Proton-Paket. Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. Sie erschlagen die Geister mit Musik, oder was? Ja, wenn auch mal was. Wie krieg ich das denn überhaupt? Ach so, das sind diese hier. Ich will erst mal die Haare suchen. Ja, ein paar habe ich schon gesehen. Also hier sind die Haare. Da habe ich die braunen Haare. Die haben nicht Antisell immer, oder nein? So. Also ich habe meinen auf der Seite zugebaut. Hast du deinen Wei gebaut? Ich habe noch nicht mal Ray. Ich habe den Winston jetzt. Wie, da brauchst du nicht erst mal Wei. Weil ich Ray nicht gesehen habe. Da sind beide. Muss mal gucken, wer das oder was ist. Hier ist auch noch ein K. Da ist auch ein E. Oder ist das Schatz? Ich habe das Schatz, ja. Ach, ja. Ja, ja. Muss man eben aufpassen. So, Winston geht auf jeden Fall durch. Wo ist der? So, wen habe ich hier jetzt? PV. Weiß ich immer nicht, wer PV ist. Doch, Peter. Genau, Peter. Der hat diese Haare hier. Peter V. Peter V. Ich kenne die ganzen Nachnamen gar nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, ich kenne die ganzen Nachnamen gar nicht mehr. Hier fehlt nur Sullivan dabei. Aber es ist ein falscher Film. Hier hast du meine. Danke. Hier hast du meine. Hier sind die Ersatzteile. Genau. Da sind noch Haare. Ja, da fehlt noch der Kopf. Kopf brauchst du nicht. Kopflos. Alle kopflos, genau. Da ist deine. Achso. So, Protonbäckchen. So. Oha, das soll ja was geben. Von Ghostbusters, keine Ahnung, aber Set bauen. Wie, keine Ahnung. Wir kriegen ja nicht mal die Charaktere zusammen. Peter, Winston. Noch ein P? Nee, das ist R. R. Ray. Ray und Egon. Oha, oha. Na gut, ich tue die erst mal beiseite. Wir haben schon genug gelitten. Ja, ich tue die. Nein. So. Oh, jetzt wird's schön bunt. Jetzt geht's los. Schwarz-Gelb, das gefällt mir natürlich sehr gut. Ja, ist klar. Kloppo. Das hat schon wieder die Vereine gewechselt, habe ich gehört. Liverpool. Das hat schon wieder auf. Das hat meine Tante Mist erzählt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wie war denn der erst da hingegangen. Der ist da erst da hingegangen. Von der Erfolge, weiß ich. Oha, ist auch sehr beliehen. The Normal Guy, oder wie hat er sich bestimmt? Ja, genau. Das ist immer großartig, wenn die Deutschen kein Englisch können, die aber meinen, was können. Können sie können. The Normal Guy, oder so. Irgendwie so. Intergenannt. Wie nennen sie ihn da eigentlich? Jürgen Klopp, wie spricht man das aus? Gute Frage. Jürgen Klopp. Vier, eins, zwei, drei. Dabei fehlt dir noch ein gelbes Runden. Ist das denn richtig, oder ist das denn zu viel? Weiß. Weiß. So, unten schwarzer. Da. Ja, Grußbassers. Also, Grußbassers habe ich die Comics immer gerne geguckt. Also, die Filme habe ich einmal nur gesehen. Echt? Ja. Boah, das ist aber schlecht. Aber trotzdem finde ich es egal. Den ersten Teil habe ich verschlungen damals. Wobei, das ist natürlich Kinder-Teenager-Zeit gewesen. Und, ähm, gut, der zweite hatte schon was, war okay. Der erste war deutlich stärker. Wahrscheinlich. Und wie finden wir die Teile hier nicht? Wollen wir es sein? Ja, irgendwie schon. Nee, den brauche ich gar nicht. Und auf jeden Fall, äh, oder suchen wir die Falschen. Die müssen auch weiß sein. Das ist der Punkt. Wie die müssen weiß sein? Die sind weiße, keine grauen. So auch die ganze Zeit grau. Ist auch grau-grau. Und aber weiße. Und genauso weiß wie der da. Der ja eigentlich auch nicht grau ist. Okay. Gibt doch den Gönnen über links. Nee, der Film hat schon Hand und Fuß. Also, wenn man sich überlegt, was die sich für eine Saja zurechtspinnen. Von wegen Schlüsselmeister, Goza und so. Wer weiß es? Mag ja diese Götter alle gegeben haben. Und das ist durchaus eine Marktlücke. Wenn sowas mal kommt, stehen wir da und denken, ja, warum haben wir denn keine Ghostbusters? Wobei, auch das kann man nicht sagen. Es gibt die Leute, die... Es gibt Leute, genau. Wobei, ob man die ernst nehmen kann, weiß man nicht. Das weiß man. Sag mal, diese Ghost Hunters wurden ja schon definitiv als Fake and Loved. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, ich auch nicht. Also, da sieht man hier und da, wenn ein Figur umfällt, irgendwelche Strippen oder so. Also, da haben sie schon gesagt, das ist nicht echt. Das ist auch nicht immer. Ja, irgendwie läuft das nicht flüssig hier. Wir müssen noch mal von vorne. Oder doch mal nach Farben satteln. Nein. Wobei, ich glaube, wenn du nur einen weißen Haufen hast, dann bist du aber auch durcheinander. Richtig. Da fehlt ja nur noch dieser weißen Flache zwei auf. Ach, am Anfang, ja. Am Anfang. Ah, da habe ich ihn. Ist jetzt so. Dann muss ich nur drüber reden. Sag ich auch nicht. So. Kannst du dir mal vorstellen, wie groß das Auto wird? Das scheint die Front oder Rückseite zu sein. Boah, wenn das das Auto wird, das wird ja die Seite bestimmt. Meinst du? Das ist klar, das wird die Seite. Das könnte auch die Seite werden. Die stehen da drin? Die stehen da drin. Geil, ich kann verweilen. Musst du die Reihenfolge einhalten? Ja, sicher. Das ist aber interessant, dass eine Vorrichtung gebaut wird, wo die nur stehen drauf. Und war mir nicht klar. Normalerweise. Mir war das jetzt auch nicht klar. So, fertig. Tschüss. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ist das nur der Bürgersteig? Ja, wahrscheinlich. So, das ist an der Seite. Gut. Jetzt wollen wir erst das Auto. Das ist doch jetzt noch vorgeblänke. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, erst ist schon diese komische Scheibe. Oder ist sie das gar nicht? Da gibt es wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich. Ja, so. Da kommt aber noch was drunter. Ich habe vorher gerne das Videospiel auf dem Commodore ringen gespielt. Auch wenn alle anderen sich immer darüber lustig machen. Ja, warum? Das war ein tolles Spiel. Ja. Ich habe es nur nie geschafft. Die Geister kam hinterher zu schnell. Ich musste immer mehr bezahlen, als wie ich konnte. Und dann war Game Over. Hm. Und normalerweise hätte ich jetzt noch einen großen Fight auf dem Dach gegeben. Aber insoweit kam es leider nie. War ein schönes Spiel. Aber mittlerweile gibt es ja auch hier für Xbox und so. Habe ich mir allerdings noch nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwie habe ich so den Eindruck, das muss retro bleiben. So. Ach nee, das muss genau andersrum. So. Wenn der Anfang schon falsch ist, so. Jetzt ist es richtig. Nö. Oder? Jetzt kommt noch so ein schwarzes Ding. Ach so einer. Genau so einer. Wie ihr seht, ist das ein schwerer. Ein Buchset. Ab 16. Ab 16, genau. So, jetzt auch mal rumdrehen. So. Und dann kommt dieses Beckchen, was du schon rausgesucht hast. Ich vermute, dass es das ist. Was ist es? Das ist. Sieht so cool aus. Ja, sieht so. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber es sieht schon mal gut aus. Ach, das sind die Protonen-Becke. Die müssen wir viermal bauen. Das sind die Protonen-Becke. Ja, schön. Das hätten sie auch nicht, aber... Großartig. Ich freue mich. Wir bauen das Auto doch nicht. Nein. Meine Söhne. Ich komme nur darauf. Wir bauen doch kein Igdo. Und das bestätigen wir da aus drei Teilen. Nein, nein. Großartig. Großartig. Ähm. Das sind diese... Ja, diese Packs. Ja. Nicht die Ströme kreuzen. Wo ist der rote? Ich muss ja sagen, es gab ja damals mehrere Comics-Serien, sag ich mal. Und ich habe immer eine ganz komische gesehen. Das waren nicht die Ghostbusters, Ghostbusters. Das waren andere Ghostbusters, wo das Auto aussprechen konnte. Okay. Ich weiß noch nicht, wie die hießen. Die hinten auch Ghostbusters, aber anders. Es war eben ein bisschen anders. Aber die waren auch nicht schlecht. Die anderen kamen erst später. Da war ich aus der Comic-Zeit schon wieder raus, irgendwie. Da habe ich dann angefangen mit Videospielen und so. Das ist da. Und dann kommt das. Ach so. Gut, best du. Hast du schon mal einen Schlauch? Ach so, hast du schon. Ja, ich gucke gerade wieder. Ja, guck mal. Ich muss es ja nur noch dreimal machen. So. So. Okay. Und dann wird das. Und so ist das. Und dann wird das. So. Okay. Das wäre jetzt ein schweres Zeitalter. Wir scheitern schon an dem Proton. Aber echt. Geht ja gar nicht. Wieso ist das erst beim Motor? Ja, irgendwie ist das hier so rum und dann ist das da in dieser Halterung. Ja, mach es so rum und in die Halterung. Wenn das mal so einfach wäre. So ist das. Bist du sicher, dass ich das Richtige mache? Ja, deswegen überlege ich ja auch schon. Aber irgendwie ist das halt was. So. Ja, das ist schau schwer. So geht das. Hey. Beim nächsten Mal muss das schneller gehen. Ja, das ist schau schwer, ja. Wow. Hast du abgeschwollt. Also bitte. So. 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 Ach so. Ja, fertig. Und du? Du kannst ja immer mitbauen. Ich kann mitbauen. Parallel. Wir bauen parallel. Parallel. Dreimal das Ganze dann jetzt noch. Ja gut, wir bauen jetzt schon mal jeder parallel. So, auf die Seite bin ich fertig. Und du? Nein. Das geht. Ja, müssen wir ja nochmal bauen. Also noch. Jetzt nehmen wir es aber genau. Da ist noch einer. Genau. So und dieses Gitter. Gitter, 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 Gitter. Gitter, 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 Gitter. Da. Vergraben. So. Ja, gar nicht so einfach. Also ein Set mit Anspruch. Ist ja auch komplizierte Technik, ne? Das suche ich und das suche ich. Ich suche das. Und ich suche das. Und dann kommt er noch zu uns drunter. Hm. So ein Haken. Ne, das ist nicht so ein Haken. So ein Haken. Oh nein, wo ist er? Ich hatte ihn, ich hatte ihn, ich hatte ihn. Verdammt. Du hattest, genau. Du hast. Verflucht, Alter. Ups. So und dann noch diesen Haken. Ja, das ist nicht so einfach. Was ist er? Boah ey, wo ist der Haken? Ich da, ich Haken. Ist er das? Ne, das ist er gar nicht. So ein, so ein, ähm, dunkelgrauer ist das. Ja, so ein Einer mit so einem Haken drin. Ne. Schaltet, schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt. Legosu. Ja, ich brauch dieses Schweizer nochmal, diese... Da. Den finden wir aber den ollen Haken nicht. Den ollen Haken finden wir nicht. So, verdammt. Ich seh ihn auch nicht. Hm. Da muss es unregeln. Muss ein Protonenpäckchen warten. Ist das ein Haken? Ne. Ne, ne. Nicht auffindbar. Irgendwo wird er schon sein. Bisher haben wir aber Glück gehabt. Wie gesagt, äh, können wir, müssen wir dann... ...warten müssen wir hier mehr... ...mehr Luft haben halt, ne? Ja. Offensichtlich. Dann brauch ich den hier weiter. So brauch ich den nächsten Haken. Ja. Ja. Ja, ne. Das ist das. Ist er das nicht? Nee. Nee, das ist wieder was er. Wie gesagt, äh, das findet sich ja erst, wenn... ...wenn man's nicht mehr braucht. Ach, das ist gar nicht das braun... ...das...grau. Da ist er. Got it. You got it. Baby, you got it. Genau. Ja. So, dann haben wir hier das Päckchen. Und, äh, das kommt ja hier rein. Hm. Und hier kommt noch so ein Einer drüber mit dem Haken. Ja, ist noch eins. Haken eine. Das ist er nicht. Was brauchst du? Na, den nur umgedreht. Ja, ist auch den. Das hier. Ja, vielen Dank. Gerne. Okay, wegen mir kann man umglättern. Okay, hast auch jeden sein Päckchen drauf. Ja, ja. Ich hab zwei Päckchen. Okay. Ach, jetzt geht's los. Jetzt. Jetzt geht's, ja. Jetzt geht's los. Es ist dunkler Rot. Echt? Ja, dieses... Ganz dunkle... Schläuche. Ist das richtig, was ich hier hab? Nee, ist doch falsch. Ist doch der falsch, oder? Nee, das ist das. Weißt du das? Der sieht anders aus. Ach nee, doch nicht. Oh Gott. Ja, ja. Ja, ja. So, da kommt das flexible Ding dann. Was zum Teufel soll hier passieren? Ja, ja. Das ist nichts einfaches. Sag ich ja. Also der kommt auf jeden Fall da rein. Das kommt dann da rein und dann so rum. Was ist das dann? So eine Schlaufe hast. Genau. Nee. So, halt. Wie gesagt, das ist nicht so einfach mit den rum... Sieht irgendwie spanisch aus. Ich glaube, ich glaube, das ist auch falsch. Was ist denn noch das vierte Päckchen? Dann... Das habe ich hier. Mach ich das mit den... ...schönen Schnur wieder. Ach, andersrum. So rum. Oder was? Das und das. What the hell? Wie gesagt, das wäre sauber. Aber... Wollen wir eben genauer gucken. Das ergibt aber auch keinen Sinn, was ich hier mache. Doch, klar. Ach, da fehlt noch... Wieso sieht meinst du ganz anders aus wie deine? Das kann ich dir nicht sagen. Was hast du denn da gemacht? Ach, du hast den von da eingestellt. Ja, muss ja auch. Weiß ich nicht. Irgendwie... Das sieht man doch. Aber wenn ich das so... Guck, das geht hier von da so rum und dann hier rein. Ja, aber wieso dreht sich da eins nicht so rum? Wieso dreht sich da eins anders rum? Das verstehe ich nicht. Okay. Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, ja. Mach mal. Ich kapituliere. Wieso, das sieht doch schon mal ganz super aus. Nein, das war falsch. Das ging so nicht. So. Das sieht doch mal gut aus. Ja, mache es an, dass es gut aussehen. Aber es hat nicht funktioniert. Nee, bei dir funktioniert das auch nicht. Nein. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, dein zählt gut und richtig aus. Aber meins passt du vorne und hinten nicht. Nee, deins passt irgendwie hinten und vorne nicht. Das stimmt irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ja. Gott, wir schaltern schon mal sowas. Ja, richtig. Wie gesagt. Mit den Wagen haben wir sogar nicht angefangen. Ja, das mit den, mit denen, das ist schon echt. Das geht doch nicht anders bei dem. Ich komme gar nicht einmal rum. Nee, das geht gar nicht bei dir, bei dem hier. Oder habe ich da irgendwas falsch gebaut? Ja, genau. Das ist falsch. Ja, genau. Du hast total versagt. Das ist falsch rum gewesen. Deswegen ging das nicht. Oh Gott. Das passiert. Wie gesagt, das ist was für Experten. Ja, Video-Go-Setup 16. Ja, richtig. Das ist wirklich... Das sieht besser aus, was du da machst. So. Das sieht gut aus. Er hat's geschafft. Er hat's ein Protonen-Päckchen. Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Ja, also... Weiter geht's. Jetzt, ähm... Achso, einmal hast du das schon. Ja. Ich hoffe, das ist wenigstens richtig. Storzen. Wie gesagt, das war schwer. Ach, komm mal auf. Das war wirklich schwer. Schleimlich. Ich habe auch umgetuftet. Ja, ja. Hier, dieser... Knicks. Knicks. Den bauen wir hier hin. Ich nehme schon mal die Geln. Und... Klicks. Achso, das kommt jetzt... Ja. Ja, genau. Jetzt fangen wir den Wagen an. Juhu. Achso. Achso. So. Welcher Rote ist jetzt der Rote? Nein. Doch. Doch. Der ist das. Also, Alter, am Anfang ist schwer. Wahnsinn. Das haben wir jetzt nur 5 Minuten fertig. Genau. Tuck, tuck, tuck. Ist aber langweilig. Na, guck mal. Keine Ruhe voran. Next. Aber da haben sie das auch wieder mit den Figuren, ne? Ja, richtig. Auch mit den Strichen. Das stimmt. Achso, die hattest du schon. Jetzt ist es auch zu schnell. Ja. Ich muss das wieder aufholen jetzt, mein Versagen. Was heißt Versagen? Das war jetzt auch schwer. Das geht ja immer gar nicht. Grau. Wenn ihr mal tüfteln wollt, holt das Set. Ja, echt mal. Na ja, sieht gut aus. Ich darf. Ja, bitte. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Dann kommt dann eine Platte drauf. Platte, 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 Platte. Wo ist die Platte? Da ist die Platte. Ah ja, vielen Dank. Wer darf. Und das kommt dann da drunter. Genau. Das wird aber auch ein großer Wagen. Das wird wirklich ein großer Wagen. Wenn ihr das so seht. Wie breit das ist. Wie lang? Grün 38 wie 14. Autsch. Ich werde schon wieder geschlagen. Ich bin nicht schnell gegangen. Nein, du kriegst gar nicht schlecht. Ja. Keine Angst. Da wollen noch einen. Ja, dein Assistent. Ja. Da, bitte schön. Das war eine Beleuchtung. Ja, das kommt auch unten drunter. Genau. Boah, sieht das schöner aus. Ja, weil das noch ein bisschen fertig ist. Gefällt mir jetzt schon. Nackt, Jesus. Ja, der hat schon Stil. Tja, leider kriegst du den nicht zu kaufen. Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, aus was sie den gemacht haben. Also im Film aus so einen Krankenwagen, ne? Alter Krankenwagen. Alten Krankenwagen. Stimmt. Müssen wir mal recherchieren. Gibt bestimmt Leute, die sowas nachbauen. Ja, gibt es auf jeden Fall. Das ist bei Nightwilder ja auch. Oder Danny Laurian und so. Richtig. Das gibt es ja immer wieder mal. Das warst du schon. Ja, ich bin doch fertig hier. Was willst du denn? Ich bin gerade so schnell. Was willst du denn noch mal brauchen? Für die andere Seite, vermute ich. Ja. 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 Genau der gleiche Arm brauchen. Nur andersrum. Nur andersrum. Nur andersrum. Was, was, was? Wo sind die Stirn? Ja, am Ende. Endlich geht's mal voran hier. Jetzt flippt das. Jetzt flipp ich aus. Ich flipp aus. Warte, hab ich hier nen Fehler gemacht? Ja, hab ich. Wieso? Da kommt wahrscheinlich auch ein schwarzer rein, ne? Ja, da kommt ein schwarzer rein, genau. Wie siehst du? Das hab ich nicht berücksichtigt. Ich sag. Solang es auffällt. So, ein Special Stein. Mit Computer drauf, ne? Da. Ja. Ne, so ein Ordnungssystem. Hält er doch drauf. Ja, nur gucken, wie das... So, da kommt ein Einer neben. Äh, kommt ein Vierer. Kommt der auch den Braun? Ja. So. Das hast du schon. Äh, äh. Da. Ein Grauer Vierer noch. Ah, da kommt das Ordnungssystem. Einen weiteren. Ja. Können die Geister orten? Eigentlich nicht, oder? Wenn sie jetzt fehlen? Nee. Die kriegen ja immer noch Anruf. Die kriegen immer noch Anruf, klar. Wenn sie denn Anruf kriegen. Ja, doch. Achso. Wir klappen uns ja so. Wo kommt der Flache hin? Welche Flache? Der... Kommt der hier rüber? Der kommt... Aber das passt nicht. Nee, das passt nicht. Aber soll passen. Soll passen, sagst du nicht. Kommt da noch irgendwie was drunter? Grau, schwarz, braun. Nee. Da kommt nix drunter. Kommt hier irgendwas drunter? Haben wir da was vergessen? Ja, nochmal kurz zurück. Zu, 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 zu. Ja. Der blaue. Ja. Den haben wir nicht drauf. Dann passt das. Ja. Schwupp, wupp. Und der blaue. Bums. Jetzt sieht's schon wieder aus. Jetzt sieht's schon wieder aus. Jetzt sieht's schon wieder aus. Besee. 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 Da waren wir. Genau. Okay, das ist dieser Stein. Genau. Der ist merkwürdig. Was kommt da ab? Oh. Das Schild. Das Hector 1 habe ich hier schon gesehen. Ja. Da ist das. Ja, Hector 1. Genau. Hector. Hector. Wie nett. Kann ruhig helfen. Was wussten denn? Ja. Alles? Ja. Einmal alles zum Mitteln. Einmal alles. Diese hier brauchst du? Ne, die brauchst du nicht. So durchsichtiger. 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 Du brauchst du da rein. Hier noch drei. Hier noch drei. Und da. Wo da? Genau da. Augen auf am Eckdruck. Genau. Sieht auch schon cool aus. Na da mal dran damit. Ja, der Kontierung. So. Ecto 1. Hm. Jetzt zwei von denen. Okay, ne. Komm. Hier. Da drauf. Jetzt zwei rote. Und ein schwarzer. In der Midi. Vier von denen. Da. Zack. Geht ja noch nicht. Dissert. Ja, mehr noch nicht. Das ist doch ah ... So, jetzt, was ... Was ... Huh? Ne, nach einem kommt das ... So, wo ... Wenn dann richtig. Ähm, ja. Ähm, nein. Doch. Achso, die kommen da drauf. Direkt. Ja, ja. Sie haben recht. Ich habe recht. Ich schärfe die. Passiert. So, sieht das schon wieder aus. Ist das wieder diese hier, die braunen? Mhm. Auf jeden Fall. Ja? Okay. Dann dürfst du da drauf. Wenn du das sagst. Sag ich. Du bist der Chef. Ich bin nicht der Chef. Hast du vier? Gut. Ja, jetzt noch diese braune. Eine, genau. Eine, eine. Zwei, eine. Genau. Ja. Cool. Ja, die ist ja auch wie so'n... Leichensack. Was? Leichensack? Leichen, ähm... Wagen. Ist das wirklich, was ich da gemacht hab? Nee. Glaube nicht. Wieso nicht? Weil die hier dahin muss. Nimm mal die hier. Besser. Das ist die falsche... falsche Scheibe. Okay. Oh nein. Vierer und ein bisschen einer. Da ist einer. Da ist einer. Zehnmal. Ui. 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 Wie soll denn das Pall? Ach, Tobias. Hast du hier keine Reihe gebaut? Hä? Ich hab gar keine Reihe gebaut. Womit auch? Mit dem wahrscheinlich. Mit... Sechser. Ja. Alles klar. Gerettet. Geretteter. Ja. Das hätten wir alles wieder auseinandernehmen müssen. Nö. Gar nicht. Doch. Sicher. Das hätte sonst nicht gepasst. Hätte alles kaputt gewesen. Wie sieht das überhaupt für ein richtiges Lego-Set? Alles im Eimer. Jetzt wird er endlich weiß. Ja. Jetzt wird er weiß. Ein Ektor weiß. Zweimal, wenn er den haben. Zweimal hab ich. Ups. Ach so. Da kommt noch ein Grauer drunter. Mhm. Das habe ich nicht gesehen. Warum nicht? Ich weiß ja nicht. Und ein Lenkrad. Die finde ich auch immer geil. Ja. Diese schönen alten Lego Lenkräder. Doch. Das kommt da rein. Ja. Das kommt da rein. Habe ich auch immer gerne Wagen zusammengebaut. Jo. Das war ja immer das erste was man gemacht hat. Wenn man so ein Haus hatte oder so. Ein Häuser-Set. Da haben wir erst die Wagen gebaut. Also du brauchst du das jetzt noch? Jo. Leider mach. Leider. Leider. Ja. Oh hell. Oh hell. Oh hell. Jetzt kommt dieser. Zacken. Ja. Richtig. Ja. Das ist ja so dieser Front. Und die Sturmsteine wahrscheinlich. Auch Ecto 1. Vorne wie hinten. Ne. Ist das schwarze oder das ist grau? Was? Das ist grau auf durchsichtig. Durchsichtig. Durchsichtig habe ich. Da ist grau. Das weiß ich so viel mal. So. Das ist eins. Zwei. Zwei. Einen durchsichtig habe ich hier. Und grau liegt bei dir. Ja. Bei mir liegen die grauen. Außer ja. Detail verliebt wieder. Das kennt man ja. Diese Lichter. Mit denen sind sie oft unterwegs mit dem Wagen. Boah. So oft auch nicht. So ein paar Mal, ne? So ein paar Mal, ne? So ein paar Mal. Ich finde den schön. Ich finde das am Anfang lustig. Hey, Mist da. Sie können hier nicht parken. Was hat er gekostet? Wie viel? Du 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 du. Sechser Baum, oder? Genau. Achtung wieder, jetzt kommen so 6 von den... Von diesem... Ähm, da ist einer. Da ist der Schreger. Naja, das macht einen kleinen Unterschied farblich, oder? Ja, aber nur in Glitzklein. Soll auch. Glitzklein, da muss man echt genau hingucken. Jetzt kommt eine andere Scheibe. Jetzt kommt die andere Scheibe, genau. Jetzt kommt so Halbchen da rein. In allen 4? In allen 4. Ja. Hm. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. War da noch nicht oben. Achso, da. Habe ich ja noch gesehen. Bin ja nicht so flott. Du musst... Achso, kommt das hier. Coole Motorhaube. Hast du auch hier diese weißen... Ja, hast du vergessen. Achso, die Nipschis. Stimmt. Die habe ich tatsächlich für hier. Die Nipschis. Nipschis. Nipschibaby. Oh, Antennen. Mh. 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 Wund Pentennen sein. Warum nicht? Es wird auch sicherlich Antennen. Sie hören ja auch Radio. 21 high. Gerade wenn sie auch das Ende zu gehen. Gibt es diese schöne Szene, wo sie über die Brücke fahren und und Radio auftremen. Weil sie nicht wissen was aus sie zukommt. Mh. Genau. Alter, mach die doch mal richtig. Ich glaube, wir müssen gleich trotzdem einen kleinen Cut machen. Wir haben am Anfang zu viel getrudelt. Was heißt getrudelt? Gefummelt. Ja, mit den Päckchen. Am besten jetzt. Wir haben zwar noch drei Minuten, aber ich denke mal, wir machen einen nahtlosen Übergang. Also bis gleich. Jo. So, nahtloser Übergang. Speicher gerade gewechselt. Ja, das passiert. Haben wir uns ein bisschen verschätzt. Ja, man unterschätzt das auch. Vor allem das ganze Gefummel. Ja, man denkt sich so, oh, so 200 Teile. Packt man ja mal eben zusammen und dann... Das ist doch ein Minütchen länger. Aber das macht ja nichts. So viel Flexibilität zeigen wir doch noch. Äh... Äh... Das sieht komplett aus, irgendwie. So ein Dreier rot. Achso, du weibest... Dieser Burschi? Nein, der andere Burschi. Okay. Cool. Sieht das aus. So, dann kommt... doch der hier. So einen flachen Zweier, den sehe ich gerade überhaupt nicht. Nee, das ist heute mit Haken. Nee, den meine ich ja nicht. Den gelben. Den gelben? Der müsste eigentlich total auf die Augen stehen. Eigentlich schon, aber irgendwie nicht. So viel haben wir nicht mehr in Gelb. Irgendwie. Vielleicht ist er noch was in den Typen. Nee, finde ich nicht. Ich glaube... Da könnten wir noch einen verbrauchen, denke ich. Hm. Vielleicht aber nicht mehr. Vielleicht aber nicht mehr. Ja. Vielleicht fehlt ja auch mal ein Teil. Das wäre mal was Neues. Hm. Mal gucken. Was sich da so ergibt gleich. Haben wir ja schon mal gehabt. Richtig. Ähm, da ist ja sonst alles, ja? Ja. 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 Ich hoffe doch. Machen wir jetzt mal weiter. Der lange Starre da drunter. Nee, Moment. Die kommt da drunter. Hm. Und der schwarze Pumpe kommt hier drauf. Und dann noch ein Zweier daneben. Genau. Jetzt kommt hier. Graue, einer. Zack. Ein weißer, ein Dreier. Genau. Achso, da kommt noch ein roter. Dreier. Da. Nee. Aber das ist... Andersrum. Andersrum. Ja, aber so rum geht das auch nicht. Deswegen musst du den hier nehmen. Der ist... Ja oder nee. Die beiden spielen verkehrt. Spiegel verkehrt, ja. Warte, jetzt hab ich den weißen Fall drunter. So. Muss man wieder auffassen. Jetzt kommen die... Äh, ist das so rum? Einer sieht gut aus. Ja, genau so. Und das andere... Flacher Zweier hier. So ist der. So ein Dreieck ist das, ja. Ja, ja, ja. Das ist wirklich schon verfolgt. Wir überbauen das jetzt aber. Mal gucken. Lebensnotwendig. Ja. Lebensnotwendig scheint es in dem Moment hier nicht zu sein. Und du hast eins zu viel vorgelassen, oder? Nee, du musst ja genau dazu tun. Ich dachte schon. Das passt schon auf. Ja, 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 ja. Aber okay. Hier kommen die Zweier. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, 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 vier, fünf. Eins, zwei. Ach so. Die hängen, glaube ich, sogar falsch. Oder wie sehe ich das? Die hängen falsch hier auch. Ab ist noch verkehrt. Hör mal, ach, du, die. Passiert. Der eine ist falsch. Oh Gott, jetzt reiß ich alles wieder ab. So, das wieder dran. Sekunde. Ich hoffe, ich denke ich mal nicht. Mhm. 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 Was tun? Wo bist du? Ich guck gerade, wie sie rum ist. Nach oben, das Latte. Also, dass es nach oben gewerbt ist. So. Ja. So. Würde ich sagen. Sieht gut aus. Aber dann so ein Eckdurzeichen. Eckdurzeichen. Zack. Ja. Und dann nochmal das gleiche alles rum. Ich finde noch so ein schmaler da. Mhm. Krass. Cool. Okay. Sieht cool aus. Ja. Jetzt kommt das auch hier auf der anderen Seite. Genau. Genau. Oh Gott. Jetzt geht's ab. Das kommt da hin. So. Dann kommt das hier da hin. Und das rote kommt da hin. Dann kommt das weiße da hin. Und dann war es das. Das ist jetzt der. Genau. Zielgerichtet. Er kommt da dran. Der kommt da hin. Ja. Okay. Ja. Next. Ah, jetzt kommt diese Show so wieder. Jetzt kommt das mit den roten Fingern. Fingern weg. Will nicht deine Finger einquetschen. Solange du heute nicht an meine Stimmbänder gehst. Mimimimi. So. Okay. Das war schon, ne? Voll jetzt auch nicht sicher. Voll schnell. Ja, du, wir haben es jetzt schon einmal gemacht. Ja. Und jetzt wissen wir, wohin der Hasel holt. Ja, ist auch schon mal wunderlich, ne? Hoppala. Ich habe schon drei hier. Achso. Ja. Okay. Jetzt kommt wieder was mit dem blauen Rund. Doch, ja. In der Mitte. Genau. Genau. Sieht gut aus. Hat was, ja. Da brauchen wir nicht zwei Rinder. Da brauchen wir nicht zwei Rinder. Da brauchen wir nicht zwei Rinder. Obwohl er eigentlich... Wir haben ihn doch symmetrisch aufgebaut, oder nicht? Ja, schon. Komisch, 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 komisch. Naja. Lassen wir ihn mal so stehen. Was anders bleibt uns jetzt nicht mehr. Nicht? Ich glaube nicht. Hast du Ecto? Ich habe Ecto. Achso. Nicht auf dem Kopf. Okay. Halt. Stopp. Mat. Achso. Ja. Die Blende. Schade, dass man die Töne nicht aufmachen kann. Schade, 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 schade. Bums. So. Jetzt kommt da unten... So. Jetzt kommen nur die Rückschangenkörper. Ja, ich bin schon dabei. Hoffe ich. Einmal grau. Da ist noch ein grauer. Da ist ein Einer. Hm. Da ist noch ein Einer. Das waren die zwei Dinger. Die zwei Dinger und graue, ne? So grauen. Die sind schon drauf. Ja, die grauen hast du schon hier. Achso. Nee, die habe ich nicht. Wo kommen die denn hin? Ach, da unten. Da unten? Da unten. So. Teilchen-Lieferant. Teilchen-Lieferant. Ja. Okay. Sollte passen. Jetzt wird das Ganze ungedreht. Na gut, von mir aus. Jetzt kommen so Hoverboards drunter. Ja, genau. Für die Festigkeit. Ups. Mhm. Für die Festigkeit. Flug. Großartig. Das ist mein Wort des Jahres. Großartig. Das ist ja nicht mehr lang. Da muss ich ein neues haben. Nö, noch zählt's. Noch zählt es. Sogar Dreiecke. Jupp. Reifenbaum. Viermal. Jetzt zählt's da. Stimmt. Am Anfang haben wir uns dumm und dusselnig gemacht hier. Ja, aller Anfang ist schwer. Ähm, aller Anfang ist... Aller Anfang. What the hell is going on? Ist das so da rein und dann... So da rein und dann kommt diese... braune... Samarillakabel oder... Oder ist das einfach nur das Pünktchen? Ne, ne, da kommt ja noch. Hier ist es ja viermal... Oder sowas, ja. Was denn? Ne, das sind... Ne, meinst du? Oder ne, das hier ist das. Zeig mal. Ja, genau. Aber ich hab das falsch rum gemacht. Wie sich das gehört. So kommt das. Ja, genau. Dann hast du eine Radikabe. Das passt nämlich genau da rein. Cool. Das ist schön. Das ist schön gemacht. Das ist schön gemacht. Neh mal, mein Lieber. Du darfst, mein Lieb. Da. So. Drei, vier. Yes. Haben wir. Und bei denen kommt dann noch... dieser braune mit zwischen. Das hier. Also hier rein... Also da... Da rein... Ach so, nur einer von... Ja, ja. Jetzt verstehe ich. So. Cool. Oh, ey. Kriegst du hin? Nein. Sag sowas nicht. Irgendwie passt das hier nicht. Bei mir hat es auch auch gepasst. Was? Siehst du, was ich sehe? Ja, sehe ich. Das eine... Das eine von beiden ist falsch. Ja, das muss einfach nur jetzt... weiter hier rüber, ja. Hä? Aber dann wäre es nicht in der Mitte. Ja, wieso? Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob es in der Mitte muss. Das lässt sich jetzt auch nicht so genau... Ja, ich denke mal der ist das falsch, weil... Ne, der muss... Der ist auch nicht in der Mitte. Siehst du das? Stimmt. Der ist... Dann ist die Seite tatsächlich. Wenn du sagst, du musst nur rüberziehen, dann machen. Ja, nur rüberziehen ist gut. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben, ganz ehrlich. Ich bin nur... Mitglied. Ich bin nur Mitglied. Ja, leider haben wir Fehler gemacht. Nächstes Mal ist ja die Fingernägel wachsen. Okay. Oh nein. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Wow. Es funktioniert aber. Es macht alles ab, nur nicht, dass wir es da haben. Was haben wir denn falsch gemacht? Ist das offensichtlich? Ja, das ist offensichtlich. Das funktioniert doch nicht. Das geht nicht ab. Jetzt. Was finde ich ja lured. Aber immerhin, das Kind ist auch der Welt. Ja, genau. Du siehst ja, wie schön das geht mit dem Profi-Werkzeug. Ja, das halbe Auto ist kaputt. Super. Geht doch toll. Wie das halbe. Das Ganze. Aber du weißt jetzt, wie es wieder zusammen gehört. Ja, wieso der Reifen muss ja nur frei sein. Ja, ja. Das ist ja auch. Aber der Rest. Ja, du hast ihn auseinander gebaut. Das ist ja die Seite hier. Die Seite. Die haben wir jetzt irgendwie zusammengebaut. Ne. Die andere Seite. Die Seite. Die Seite. Okay, dann machen wir es jetzt richtig. Genau. Cool. Dann stell den hin, dann machen wir es nochmal. Erstmal dieses. Ja. Jetzt passt es hier vorne. Wieso passt es doch? Komisch. Okay. Ja. Nein. Vielleicht. Nee. Nee. Irgendwas. Das kommt schon. Ich glaube, das hätte es eher ab 18. Vorhin war es noch ab 16. Jetzt. Ja, ey. Ja, was. Ja, was. Ja, das stimmt nicht. Und jetzt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Solange es nicht mein verschwunden ist. Oh, jetzt stimmt's. Ja, dann hau rein. Du hast es kaputt gemacht. Ja, das stimmt allerdings. Du musst so reparieren. Ja, mal in die Werkstatt, genau. In die Deko-Werkstatt. Gab's auch alles mal. Stimmt. Tja, aber einen Baufehler muss man ja haben, ne? Du meinst mit dem? Wobei das waren keine Baufehler, das waren nur komplizierte Linien. Den hab ich gesagt. Mann, Mann, Mann. Andersrum. Genau. Der auch. Trollolol. Hier ist keine Reifel dran. Bitte. Bitte. Er passt. Wäre auch jetzt schlimm, wenn ich. Er passt. Das ist auch parallel. Das ist sogar identisch. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja. Das sieht so aus, als könnte man das so lassen. Nur deine zweite Antenne fehlen, ne? Ansonsten ist alles da. Ansonsten ist alles wieder da was hingehört, ne? Das will ich meinen. Wenn ich aber auch. Gut. Die gucken sich an, weißt du? Hallo. Genau. Ja. Vorsprung, ja. Da machen wir doch. Da machen wir doch. Sehr schön. Ja. Das kann weitergehen. Das kann weitergehen, man glaubt das nicht. So, was passiert hier jetzt? Wo kommen die hin? Der Fort. Ach, da unten. Ah ja. Also bei mir passt das. Oh Gott. Bei mir passt das auch. Ja, ja. Wenn du das alles mal abbrichst. Wieder alles im Kreis. Oh. Zweimal müssen wir den Baum. Der war bei uns übrigens live, ne? Der hat das noch gesungen. Drehs, ne? Ja, genau. Als Musik-Act hatten wir den. Wo? Ja, wo? Ja, weiß ich doch nicht. Bei A. Groß A. Bei Groß A? Was ist Groß A? Arschloch? Wo ich arbeite. Ach so. Ja. Warum? Als Musik-Act. Kein Geld, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen oder sowas. Ey, haben die. Ja? Aber was die beiden für sich? Nein, ich bin dochfrieden mit meinem Arbeitgeber. Ja, ja. Was zum Teufel? Das kommt bestimmt hier so irgendwie. Später. So. Ich hab mein Teil aufgerollt. So. Guck mal, so schlecht war ich gar nicht. Ach, das kommt da reingedrückt. Genau da reingedrückt, ja. Ach du Lieber. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, ich komme dir zuerst, komm. Ja. Ja, man müsste es nur richtig machen. Das muss man da rein. So, jetzt passt es. Dafür waren die Haken da. Ach so. Ja, deswegen sag ich ja reingedrückt und nicht raufgelegt. Ja, aber müssen die nicht gerade sein? Nein, nein. Das ist ja der Witz. Die Autos Drecher sind doch immer ein bisschen schief. Bestimmt. Stimmt, hast du recht. Jetzt kommt ein langer Stab. Ach, Schlauch. Kommt das da rum, oder was? Einmal so rum, ja. Nee, nee, ich muss immer gucken. Cool. Cooler Wagenrecht. Natürlich. Ich gucke die sich nicht an. Ich blätter schon mal weiter. Du schaffst das schon. Ja, krieg ich das schon. Gib mir ein Stündchen. Schon wieder was abgeflogen. Das ist deine Seite. Das ist deine Seite. Ja. 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 Du bist dasselbe. Ja. Ja. Wir sind nicht fertig. Ja. Aber ja. Ich weiß. Ich weiß. Du willst schon mitfahren. Ich will schon mitfahren. Geisterjagen. Geisterjagen. Ja. Ich lege Geisterjagen. Ja. Was nimmst du denn pro Stunde? Ja, das muss ich mir noch überlegen. Protonen-Salz ist nicht billig. Ja, richtig. Was suchst du? Zweier in der Mitte mit einem Bündchen drauf. Zweier in der Mitte mit einem Bündchen drauf? Ach so, was. Hier, ein Bass. Ah, jo. Ich suche einfach falsche Farbe. Ja, was kommt vor? Kommt vor? Ja, kommt vor. Ja, kommt vor sehr wichtig. Kommt aber Resetten vor. Was ist das wohl wert? Zweimal bauen. Yay. Du alles bauen wieder. Jetzt kommt Schum in die Hütte. Ähm, ja. Ja, so viel Schum. So geschwungen, dass ich hier schon wieder stocke. Wo ist denn das Teil? Hey. Oder ist das wieder weiß? Was denn das? Nee. Dieser 6er. Ich hab nur noch einen weißen. Aber ich hab einen grauen. Hm. Hm. Das muss man anmalen. Ja, das will ich. Kann doch nicht so viele Teile fehlen. Mach die nicht mal gerne. Na versteckte Bonbons. Ja, versteckte Bonbons. Ja, versteckte Bonbons. Statt ein weißer muss dann grauer. Irgendwo. Äh. Ja. Genau andersrum. Ach so. Kommt besser drauf. So. Sollen wir mal zurückglättern? Dann müssen wir wahrscheinlich in einem Wagen auseinander nehmen. Kann sein. Wollte ich aber nicht. Puh. Die Frage des Wollens stellen sie hier nicht. Wir können ja erstmal ohne weiterfahren. Hahaha. Ist ja eh nur das Dach. Ich guck mal. Ob wir da irgendwo... Nee, ist ja auch nur einmal. Ach so. Und wieso steht da zweimal? Vielleicht weiß ich mal. Zweimal das mit dem grauen Braun. Das ist ja zweimal. Ah stopp. Jaja. Das hier. Nein, nein. Das ist zweimal gemeint. Nicht das graue Teil. Das hier oben ist zweimal gemeint. Ja. Aber das graue Teil nur einmal gemeint. Ja, aber du hast es ja trotzdem zwei. Aber du hast es ja trotzdem zwei. Nein, brauchst du nicht. Doch. Nein. Du musst ja irgendwo auch die Lampen drauf machen. Also die... Weißt du was ich meine? Nee, nee, nee. Doch. Du hast ja ein Denkvieler glaube ich gerade. Irgendwas denken wir da falsch. Ich glaube nicht, dass wir den zweimal brauchen. Ich schon. Nein. Außerdem hatten wir so einen Stein da nicht bis jetzt. So einen sechsten, ja. Ja. Ja, da ist es ja auch immer weiß. Jetzt haben wir da einen grauen reingesetzt. Wäre aber zu. Nein, 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 nein. Haben wir nicht. Ganz am Anfang wäre das ja hier. Da haben wir keine grauen reingesetzt. Ich weiß ich noch. Was wäre denn das einzige jetzt? Ja. 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 Nee, du brauchst keinen grauen mehr. Okay. Sonst haut das mit den Längen nämlich auch nicht hin. Da ist auch keiner mehr sonst so verbaut. Ja, aber du musst ja irgendwo die anderen Platten drauf, also die anderen blauen Dinger drauf machen. Ja, sagst du was ich meine? Dann nehmen wir einfach jetzt was weiß und fertig. Ja. Ja, ich weiß was du meinst. Ach so ist das gemeint. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Na, wenn nicht nimmst du halt. Ne, du weißt. Ne, du weißt. Richtig, das fällt dir eh nicht auf. Ja, aber was soll es nicht auffallen? Wir wissen es halt. Das zählt nicht, das andere Mann. Aber wir haben, ich habe ja nochmal durchgeblättert. Wir haben alles richtig gemacht. Ne, wohnen zur Reise. Das wusste es ja am Anfang. Dass da irgendwas falsch war. Ende, aufgepasst. Ja. Oder waren das hier die zwei Weisen? Ne, das ist ein langer. Das ist ein langer. Tja. Mysterium. Kann ja nicht ohne gehen. Moment mal. Das ist ein langer Ding. Wie so? Ah, der ist jetzt zu lang. Der ist zu lang, ja. Warum? Besser. Ja, aber jetzt weiß er, der Grau fällt eh nicht auf. Das meine ich ja in dem Moment. Das sieht man nicht. Tja. Who knows? Noch nicht umdrehen. Wie noch nicht umdrehen? Da kommt noch Zeugs draus. Erinnert mich an Pink. Who news? Auch ein schönes Lied. Das war's für Kevin heute Abend. Ja stimmt, der singt ja gerne in Pink. Wobei, es gibt ein schönes Lied von Pink im Moment. Ja. Give me just a reason. Ja, das ist ja schon älter. Ja, aber ich hab's jetzt erst im Radio gehört die ersten Male. Und da hab ich ja ein schöner Song. Ist ein schöner Song, ja. Das ist halt ein Duett, das müssen wir mal machen. Aber es ist wieder mal sehr hoch gesungen. Es ist hoch gesungen, ja. So lange. Zweimal wieder. Jetzt kommt Laulicht. Was ist denn das für ein Stab? Ach so, den muss man erst bauen. Okay. Und ich such den fertig. Den suchst du fertig. Aber schön, ja. Kannst du lange suchen. Hätte sein können, dass Lego mal sagt, komm. Wir gönnen denen mal was. Hier wird alles selbst hergestellt. Alles selbst geklöppelt. Mit dem Blaulicht fällt man auf jeden Fall auf. Ja, schönes Blau. Ja, schönes Blau. Bestimmt. Schwarz. Das ist sowieso ein schöner Wagen. Und damit würde ich auch gerne mal fahren. Ja. Tja, den dritten Teil wird es ja wohl nie geben. Der Zug ist abgefahren. Ja, leider. Auch wenn es immer wieder bei Gerüchten gibt, aber... Gerüchte gibt es immer. So, wo stecke ich die hin? Hä? Ne, irgendwie ist was. Ach so, da kommt so ein Ding in der Mitte. Oh je. Oh je. Nicht so viel. Mann. Wieder geht das nicht. Oh je. Oh je. Oh je. Du musst erst mal mal schauen, oder geht das? Warte mal, du bist viel zu schnell. Bin ich auch. Ja, weil das muss dann nämlich noch rein. Oder wo kommt das hin? Auf der anderen Seite. Nein, nein, das kommt auf die andere Seite. Dann ist der verkehrt hier. Dann nehmen wir den runter. Ja, also. Bin ich hier zu schnell. Nein, ich hab nichts gesagt. Also das habe ich. Ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht, wa? Ja, also. Ja. Du hast zehn, ne? Ja, du hast zehn. Ach so. Ja, sag doch was. Andersrum, oder? Ne, du hast's nicht. So rum. Dann kommt ein... Zweikraue davor. Ne, jetzt bist du nicht, ich sehe nichts mehr. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal einen Cut machen. Meinst du? Ja. In zwei Minuten werden wir nicht fertig. Nein. Verflucht! Skandal! Ja, aber wir haben versucht, die Speicherkarten vollzuballern. Komm, die Seite schaffen wir aber noch. Nö, tun wir nicht. Doch, schaffen wir. Ja, okay. Ja, okay, okay. So. Der Rest... Wir setzen's noch nicht drauf. Alles klar. Gut. Wir machen mal wieder eine Überblendung. Bis gleich. Und nach einer kurzen Überblende sind wir wieder da. Ja. Weil es zu blöd war, auch meinen Kollegen zu hören, einfach mal eine andere Karte zu nehmen. Na ja, egal. Genau. Egal. 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 Haben wir halt drei Überblende drin, macht auch nichts. Nö. Oder wir machen drei Teile draus. Nein, nein, nein. Eine Tüte, ein Teil. Verflucht. Das waren aber drei Typen. Du weißt, wie ich das meine. Ja, drei Teile. Na ja, wenn wir Glück haben, kommt ja recht flott Nachwuchs. Nachwuchs? Nachwuchs, ja. Nachschub. Oha. Okay, da habe ich auch mal wieder was. Bam. Wieder so kleine Teilchen. Ja, viele kleine Sachen. Ja, deswegen sind das mehr Teile, ne? Also mehr Bauteile. Ja. Und das hat man bei den Simpsons ja auch gemerkt. Ja. Da Quickiemart und so, diese ganzen Kleinigkeiten. Und das macht viel aus. Das macht sehr viel aus, ja. Und jetzt kommen noch so gelbe Pünktchen. Kommt das da drauf, oder? Ach so, doch, ja. Müsst ihr, ne? Auf diesen, ja. Auf diesen, ja? Auf diesen. Ja. Und was haben wir da? Laser. Ich baue mal hier. Laserbeam. What the fuck? Und das, ja, bauen wir jetzt beide dasselbe, ja? Ich glaube auch. Ich habe einen Vorteil. Du hast den Schirm. Richtig. Woher sind die beiden einfachen? Ach so, die kommen da drauf. Hier, jetzt sind das durchgezogen. Durchsichtiger. Ja, dann habe ich jetzt schon mal einen. Den kannst du mal in der Mitte fringeln. Ja, wenn du da mit deinen Fingern weggehen würdest, würde ich das machen. Weiß nicht, ob das richtig ist. Ich packe es jetzt mal rein. Wahrscheinlich ist es falsch. Wieso, das kommt? Sag ich doch. Oh nein! Kein Empfang. Kein Empfang, genau. So. Auch so ein Ausspürgerät. Ja. Die zeigen immer ganz viel Technik, aber im Grunde machen sie damit nichts. Na, das hast du vergessen. Ja, ich guck noch. Ja, ja. Ich habe nichts vergessen. Erst ist ein Gucken und dann heißt es so. Machst du das? Ja, genau. Okay. Wann wirst du das? Ich wollte jetzt sicher gehen. Ja. Ich habe doch. Ich habe doch. Du hast doch, ja. Hab ich doch. Hast doch. Vorhin habe ich doch. Nee, ist ja falsch. Den muss ich ja haben. Habe ich diese gelbe 2? Ja, ist wirklich nicht dabei. Komisch. Nee. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Tja. Kann noch vorkommen. Ja. Kannst du bei Lego dich melden und dann kriegst du es irgendwann. Ja. Ja, jetzt haben wir die Versorgung bestimmt nicht. Nur per E-Mail oder so. Ja, ja. Das ist schon richtig. Ich habe das damals auch schon gehabt. Haben sie mir das Teil geschenkt und irgendeinen Schlüsselanhänger als Entschädigung. Weil es auch sehr lange gedauert hat damals. Heutzutage ist es ja anders. Schicken sie einen so kommissionierenlos hast du das Ding in 2 Tagen waschacht. Wahrscheinlich. Okay. Dann brauchen wir mal den Burschen. Den, genau. Und einen weißen. Und der kommt irgendwo drauf. Der kommt... Da ganz oben. Ja, setz den mal hin. Ich habe keine Ahnung. Hier kommt auch noch so was drauf. Hier kommt das. Ach, da hin. Meine Güte. Ja. Sehr viele Details. Und dann kommt noch so ein brauner Stab da dran. Ah ja. Au. Au. Ja. Na, ob das alles so richtig ist. Sieht gut aus auf jeden Fall. Es sieht aus wie ein Durcheinander und dann sieht es richtig aus. Das scheint aber so weit richtig zu sein. Los, bitte rum. Ich will das Ding aufs Dach setzen. Ne, das machst du. Das ist dein Auto. Setz mal dahin. Und jetzt passt es nicht. Wow. Mit einer Leiter. Ja. 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 Das ist eine Leiterantenne. Ja, das ist eine Leiterantenne. Das ist das Ding. Jetzt kommt das da rum. Ja. Hast du den schon? Ne. Okay. Ich habe ja diesen Klauch hier unten runter. Ach so, das ist auch wieder so ein Haken hier. Ja. Und die Wocked Hockes? Ach so, die haben sie auch in der Hand. Ach so, du hast den Stab da drum gemacht. Ja, sonst sagt man ja. Ja, genau. So, dann kriegen wir Wocked Hockes in der Hand. Okay. Das war's, ne? Ich weiß, wie blöd da rum ist. Warum ist das hier noch? Ja. Ja. Also von der Bauanleitung war das was. Vielleicht haben wir das jetzt vorhergelegt. Genau, genau. Ach, wir haben mit den 11 Minuten noch ausgekommen. Okay. Ja, der Wagen ist fertig. Wenn das mal weg, dann können sie es nochmal in voller Pracht genießen. Oh, der ist richtig schön. Mit den Kollegen. Aber so nach dem Motto schon aufstellen. Ja, richtig. Oh, cool. Cooles Ding. Hat was. Hat auf jeden Fall Stil. Schön, schön. Aber Aufbau mit Anspruch, wirklich. Ja, ab 18. Geben wir so weiter, wenn Lego mal fragt. Auf jeden Fall für Kinder nichts. Ja, schwierig. Gerade für Menschen wie mich, die schnell vorankommen wollen. Ja, ich hab auch mal wirklich Geduld. Ja. Und Kinder haben selten Geduld. Aber es fällt nicht auf, dass ein, zwei Steine hier nicht so sind, wie sie sollten. Gerade der Zweier. Der Zweier, gell? Der Steine war auch nicht auf. Und den anderen, wenn man es nicht weiß, ist auch okay. Ne, das ist halt weiß. Ist halt wahr, Alter. Sieht auch auch schön aus. Ja, das wäre das Set. Und das wäre das. Genau. Ist auch noch zu erwerben. Also, ich hoffe, wenn es ausgestattet wird, auch noch. Aber es wird da verlinkt, wie immer. Wenn es noch da ist. Ja. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Set wieder. Genau. Was auch immer das sein wird. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Tschö. Tschö.